Wir kontrollieren jetzt einen Einsatzziel, Alter. Wer ist auf Platz 1? Ich natürlich. Wusste ich's doch. Ja, weil du eine Flacke mal geholfen kannst. Mal gucken, vielleicht bis morgen, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles gut. Haus der Rinne, Dave. Ja, tschau. Haus der Rinne, Droni. Achtung! Einsatz für Charly wurde erobert. Okay. Da ist das aktuelle Einsatzziel. Ja. Zack, und wieder Platz 1. Geht's. Ich bin so gut. Oh, kack, kack, kack. Warte. Mal noch, da ist hier die Platz. Ja. Äh, ist klein. Ich hätte ins Bett gehen sollen. Damit hoffst du wieder in Ordnung. Du musst dich mal angefangen, dass du weggeschossen bist. Dass du dann erstmal ein bisschen noch in Deckung bleibst. Das ist deine erste Hilfe. Diese Tipps von Jan. Ja, die sind echt Gold wert, oder? Ja. Schau mal noch hier rechts an den Posten. Shit. Mann. Wo, Jan? Wo, wo, du? Ja, an meiner Leiche. An meiner Leiche. Das sind wir immer. Hast du den, Shady? Ja. Ich schütze da gleich mal hoch. Oh, hier nehmen wir den Klohraum. Nicht mehr im Rackenbereich. Ein Gott. Ich fahr uns hier. Warte, ich fahr mal. Eieiei. Von C aus auch noch einer? Oh, nicht gut. Mäh, du bist so unfähig. Der rennt nach unten zur Treppe. War von D-Seite. Feuerung. Ich geh nochmal C rein. Hol dir das Medikit! Geh oben, du war unten. Meine Fresse, mann. Wo ist der Rest? Ich und mein Medikit. Der Potter. Komm noch, an der Bier. Ui. Der lief ja hinter mir her. Der wollte ich bestimmt Messer, ja. Ja. Ich erinnere dich nicht. Ich hab gar nicht einen Soldaten gesehen. Da ist dein Medikit. Eier ist dein Medikit. Dahin, oder? Dahin, oder? Wer ist denn? Prinz. Er ist ein Medikit. Ah, er ist ein Medikit. Ah, er ist ein Medikit. Er ist ein Medikit. Doch, jetzt geht es. Ich bin ein Medikit. Der ist ein Medikit. Ich bin ein Medikit. Und zwei sind noch links bei diesem Tresen Oh, ja, ja Wo kommt der hin, ja Oh Hol dich an Danke Oh, hier, oh, da kriege ich ihn Vorsicht Oh, das ist schlicht Einen hab ich, oh Boah Ist aber immer noch in der rechten Da, wo ist der hin Meist ihr wohl, oder? Ist unglaublich, also Ich hole Shady, schießt Ja Danke, ihr geht schon viel besser Oh, da sind noch zwei Oh, die gehen nicht durch Boom Boah, einer noch Ach, schade Ja Ja, du hast ja auch schon 14 getötet Ich bin Sani Kommt von hinten, von hinten, ne Uff, du Uff, das ist Jan Man, viele Jan Nur einer, jetzt kommt er, jetzt kommt er gleich Jetzt kommt er Ja Danke Geht doch neben euch bei Oh, das ist genug Äh, genug Schieß, schieß, schieß Gib's doch nicht, aber Feier Ehh Ach sooo, dann geht doch er weg, hätte ich Ich geh mal C rein, ich hab das nicht, das ist so ein C wieder krank Oh, ja, ich seh's Teddy, schieß du mal, ich geh rein Nee, ist doch zum Kotzen, Alter, ich hab keinen Bock mehr, Junge Ah, da komm ich nicht mehr hin rechtzeitig Aber immer nach oben Kommt, wenn ich mich bekomme Außen bei C, zwei Leute A geht so weg Einer geht rein Bei C Hast du das Teddy? Ja Ich geh noch schnell A rein Irgendwo ist da aber noch ein zweiter Ich weiß nicht, ob der zu B gerannt ist Das weiß ich jetzt nicht Ja, ja Ja Geh schweifen lassen Aber mal ein Stück zurück gehen, ja Nee, komm lass dich zurück Geh alle runter Ja Ich glaub, die spielen wir leer jetzt aber Ja, deswegen ein bisschen zurückhalten, wir müssen mit C treffen Boah, bei Shady Wer kommt denn da kommt? Kommt denn da her, ey Alles gut bei dir Shady? Alles gut bei dir Shady? Dann geh ich A zurück Ich geh wieder weg hier Oh Gott, fuck Fuck Wir haben Einsatzzeile einfach verloren Jaja, geh wieder hin Immer noch oben, Einer Weißt du denn noch? Ich hab mal mitgekommen Ja, du wärst jetzt gleich mit hochgekommen Ist klar Hast du das gesehen? Ey, komm, Mann, Alter Das würde du endlich ein Krieg stehen Konnt ich nicht, konnt ich nicht Es sind drei, vier Leute, sind jetzt fast alle da Ja Ey, du ihn mal gestorben, Alter Ich... Kotz nicht, Junge Wer ist denn? Ja Dann lass den erst mal kommen, ne Wart mal erst Oh Quatsch, ey, ja Soll ich nicht zuhören haben, ey Ah, kacke Einer noch Letzter Down Ach, ey Sag doch, dass wir keine Need sind, Mann, Alter Shit Die erste Hilfe ist unter dir Nehm Haben wir doch vorhin schon gesagt Greift jetzt das Einsatzziel an Vorher ist doch auch schon deswegen runtergeflogen Gut, dann war's das jetzt Achtung, wir haben Einsatzziel Delta verloren Hier ist deine erste Hilfe, Mann Ach, und wo? Oh Äh, vielleicht wenn nur so, ist er nicht richtig Das ist das Einsatzziel, das wir angreifen sollten Sichert dieses Einsatzziel Alter, was war das denn gerade? Atombombe, oder was? Achso Achtung, wir haben zu lang gezogen quasi Oh Oh, hier unten Oh, das war knapp Ah, Scheiße Ah, kacke, draußen warten Hast du draußen, oder was? Jaja, hau die Waffe ein, trefft draußen Boah, noch? Ey, testen doch Ich hab deine erste Hilfe für dich Ich guck mal nach oben, dann Wo oben vor Nein, der kommt mir genau Scheiße Da haben wir genau vor die Füße gesprungen Da ist jede Menge los Ja, der ist mir vor die Füße gesprungen Ich hab an der Treppe, an der Treppe einen weggeschossen, aber dann dachte ich, dieses Mal zurück, gab ich hier auch ein Oh, der ist noch wieder, der ist noch 3% herge 65 Oh, von hinten, von hinten, vom Turm Von rechts, oder? Den vom Turm habe ich aber halt Okay Boah, da kommt noch einer, fuck Ich hab... Ich hab... Hier ist deine erste Hilfe Ja, tot Warum auch... War da wahrscheinlich Boah, jetzt müssen wir uns immer mal hier anstrengen Da haben wir den ersten hier die Flanken gelassen, ey Ja... Ich hätte nicht schmecken sollen Boah Boah, was kommt denn hier? Oh, oben, 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 von den Treppen Guckt aber grad Guckt er wieder Guckt er wieder Komm, kommt wieder Komm, kommt wieder Einen von uns hat er nicht Ich kann nicht rein, warte jetzt Hier ist deine erste Hilfe, Mann Shit Oben wieder Rechts, ja rechts, Alter Lachen B, 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 B Ja, ich geh mal weiter, ich bin durch Ja, ich geh mal weiter Ich geh mal weiter Boah, ich bin vor Schade. Für die. Das ist nett. Dann steig mal bei B ein. Gut. B. Ja, aber die anderen müssen auch noch irgendwo sein, oder? Der Einer hat es noch überlegt. Der D? Oh, hier ist noch einer, Jan. Du hast mehr bei mir, Scheiße. Ich dachte, die müssen hier noch sein. Na, da guck ich nicht an. Bei meiner Leichte gucken. Der guckt genau auf. Meine Leichte ist da noch. Da raus. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Ja, die haben wir die erste. Der D? 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 Den hab ich noch. Aber die annehmen sich eh, ja. Dann wehe schnell wenn du tot bist. Ja, ich weiß nicht, wie schnell ich. Ah, ok. Wir haben uns ja bei Jans zu geschafft. Um zu mir und... Hilfe! Einsatzt zu Hilfe! Ich verlob! Ich kann mal was hier anpassen. Ja? Ich könnte mir aber vorstellen, dass die hier noch im Treppenhaus sind. Nee? Nee. Turm? Auch nicht? Nee. Komm laufen! Weil ich komme. Nee. Du hast gesagt, die haben sich wiederbelebt. Da habe ich natürlich erstmal geguckt, wo die sind. Wo ich dich holen konnte. Hier links in der Ecke ist er. Bäh! So, da war er. Oh! Bäh! Ist, 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 ist! Ja, ja, ja. Bäh! Ich habe deine erste Hilfe! Alter! Oh! Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Charlie übernommen. Aber eh holen jetzt, ist gut. Greift das Einsatzstil an Soldaten! Oh! Oh! Wir werden ja geschlafen! Mein Kamerad wurde getroffen! Ich weiß! Ja! Ja! Ja, aber du weißt ja gar nicht mehr, Gears! Vorsicht! Flash! Oh! Shit, Alter! Wir sind tot! Alles gut! Hier, das Medi-Kit! Okay! Ziel geht weg! Verteil dich dieses Einsatzstil! Wir sind tot! Wir sind tot! Wir sind tot! Achtung! Einsatzstil Charlie ist verloren! Vielen, Eva! Oh, oh! Boah! Jan fühlte sie! Ich bin durchgekommen, ja! Ja, ja! Ach! Was? Drauf mal, Eva! Hey! Jetzt geht's bergauf! Ja, da ist sie gekommen! Oh, er kriegt man nicht abnehmen! Schnell rein, schnell rein! Schnell rein! Schnell rein! Hier, damit kommen sie auf die Beine! Ja, die werden noch flesseln! Einsatzstil Delta ist verloren! Ja! Mal machen! Soldaten, greif du das Einsatzstil an! Boah! Der kriegt schon wieder, ey! Ich bin da einer! Die wird hinterher... Ich dachte, er macht es! Der wird hinterher... Sehr gut vor! Er hat... Er hat der Schnitzel gemacht! Fuck! Ja, kann ich... Kann ich jetzt machen! Ja, ich war ja Richtung B, aber... Der hab ich weggeschossen! Da sind zwei Leute bei B jetzt! Ich bin hinter mir vor, oder? Oh! Oh nein! Oh! Ich bin in Richtung E und der liegt... Ich bin hinterher... ...und... 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 ... ...und... 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 ...hier... ...schieß drauf! Hast du was? Sind da noch welche? Hab einen! Einen hab ich! Da war noch welche! Mach einer rechts in der Ecke! Warte, ich mache! Achso, gut! Das war einfach weder... ...hau dich aus wieder ab, Jan! Nee, ich versuch dir den Rücken zu decken, dass keiner hier am Turm runterspringt! Dann komm, 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 komm! Die sind alle anhettet! Da ist der Minike! Los! Hey, pass auf! Komm mal, einer! Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanitäter! Ich bin Sanitäter! Wir haben Einsatzziel Bravo verloren! Brauchst du Hilfe? Ich bin Sanit! Ja, dann lass uns weh machen, Jan! Okay! Ja, deswegen war ich... ...deswegen war ich da hinten! Ich hab geguckt, dass da keiner in den Turm runterkommt! Deswegen stand ich da hinten! Du warst da... ...du warst da ja mit einem anderen! Ihr standet da ja zu zweit! Da muss ich mich da nicht daneben stellen! Der hat nicht... Ja, der hat sich geballert! In der Küche! Gut! Wir haben gerade die Kontrollen übereinsatzlichen Echo übernommen! Wir wissen es jetzt so, dass der Squad Leader mitten in der Runde wechselt! Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz! Also, man kann das wohl machen! Da steht manchmal oben... ...wenn ihr einen anderen Squad Leader wollt, dann müsst ihr irgendwas drücken! Was? Ja, das steht da manchmal! Oh, dann! Ja, echt? Doch! Jo! Oh, den! Das ist gut! Oh! Ich bin super! Greift jetzt das Einsatzzähl an! Weißt du? Nee! Boah! Oh, da lauf ich hier in den Depi! Scheiße! Hier drüben ist deine erste Hilfe! Oh, ich kann... Oh, scheiße! Da hatte ich... Wo denn was? Hat die... Hat die... Wie reagiert hat der Affe sich gerade schön aufgeladen in D4? Über uns sind sie gespawnt, glaube ich, Thor. Na, Flagge. Bist gar nicht nur bei mir. Ja, der Russe, der fährt nämlich auch gerne rum. Wo ist denn noch oben, sind sie? Ich muss da noch ein bisschen Energie mitnehmen. Ich war noch nicht ganz voll. Oben im Baum steht da eine. Oh nein, meine Hinsandaten in eurem Bereich. Sie sind da oben. Hier zwischen D und C sind jemand. Wir sind hier. 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 Aufpassen! Ich habe einen feindlichen Soldaten in der Nähe. Boah. Da kommt sie rein. Einen hab ich, aber es sind zwei. Ne, einer ist da noch. In der Treppe? Ja. Päckchen wird's. Boah, der kriegt mich auch noch. Der aber. Fuck. Der ist, der ist down. Hab sie wieder. Ja. Komm, hol mich Tor. Da war's Feuer, das hätten wir eh nicht. Okay. Dieses Einsatzziel hat jetzt Priorität. Ja, ich bin grad C rein. Ich hab grad gesehen, dass da hier direkt am Turm ist. Hier, das hältst du wieder auf die Beine. Hilfe, einsetzen Sie in Schau. Ich hab deine erste Hilfe, hol sie dir. Scheiße. Bei uns war, oder? Shit. Shit. Dann kannst du auch mal was alleine? Ne. Ne, natürlich. Das funktioniert nicht. Ja. Mal aus, oder? Arschvoll. Ah, das war schon einer. Wie sieht das Einsatzziel an? Der weiß jetzt natürlich, wobei langsam nicht. Ich muss mal kurz warten. Ja, das ist ja auch so. Der ist nicht hier, aber. So, ihr Pussis. Ich glaube, ab. Freddy, hau in. Ja. Äh... 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 Ja. 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 Ist denn jetzt... Ja, ich denke schon, dass ich dabei bin. Ja. Das muss ich... Ja, 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 ich denke, dass ich jetzt einfach mal klar sagen kann, nee, ist nicht, oder... Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Aber... Einsatzstil Charlie wurde erobert. Ja, ja, ja. Na, nee, aber es ist immer so... Ach, ich denke schon, aber... Das muss ich... Also... Ja, nee, nee, doch. Ich denke, Jan... Hm... Muss ich mir das erst noch mal überlegen, aber ich weiß noch nicht so richtig. Ja, also... Nee, also... 94, 1000 stehen. Ja, nee, ich bin... Nee, vielleicht... Doch, nee, ich bin da. Ja, ja. Also, äh, ne? Also, äh, ja. Ja, und, äh, ne? Ja. Ja. Ja, ja, also, äh, aber... Also, ich sag mal so. Aber... Ich versuch's. Äh, ja, also... Hm... Ja, aber... Ne? Ne? Ja. Ey Lieu... Ey Lieu... Aaaa... Oh, shady... Mein Goldstück... Uh... Jetzt kann ich hier viel besser schlafen. Mein... Goldstück. Äh, kurz an... GEEJZ. Ok, dann würd ich... Ich he... Träume von dir. Ahhh... Ich träu... Ich träum von dir. Ich... Bist du so blöd? Da kommst du nicht rein Ja ich komm bei dir Jut, also Brinja und bis morgen Jo Boah und von E aus ganzer Arsch Ach man Ich bin gar nicht mehr Ja aber immer noch da oben Wir sind bei C Da konnte ich nicht Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert Ich hab deine erste Hilfe für dich Finde ich gemäß Welche Einsatzziel Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle Oh ja Ja cool auch Oh du Scheiße 10.000 Mann Da sind wir Die Soldatengesicht Over Welche war Aaaaaaah Oh Alle niedergegeben Einer nicht davon Einer nicht davon Zwei liegen Jaa Das schussfeld immer rennen Ach das war der andere Hau ihn gleich raus Der hat wieder außen geschossen Der hat wieder außen geschossen Geh raus Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet Over Aber man hätte so oft dann können Wir haben hier einen feindlichen Soldaten Ja Wir haben hier einen feindlichen Soldaten in den Boah Ist der den im Raum? Kau und den vor uns Ich hab deine erste Hilfe Drei 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 Ah, es waren zu viele hier. Jan, der liegt ja lieber draußen im Schnee. Jan, ist ja nicht da. Jan, wo treibst du dich um? Uah, fast hätte ich's geschafft. Oh, ah. Komm's mal unten lang, Jan. Ah, fuck. Du hast du auch mit vor? Das ist immer so debiligend, ey. Du hast 20 geholt, wie jetzt, ey. Ja, aber warum machen die das nicht gleich vernünftig, ey? Dann brauchst du da nicht irgendwie ewig hocken. Da hast du 100, kannst weiter rennen. Ja, alles gut, glaube ich. Doch, kacke. Ja. Ja. Ja, Brainshooter hab ich auch 0 zu 3 bei den Kunden. Ja, wir sind an 10. Oben, oben 10. Boah, 84. Unten auch. Ja, wieder der, ey. Schnell, schnell, schnell. Gleich kommt er, gleich kommt er. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ich bin hier festgenagelt. Hilfe! Ich bin hier festgenagelt. Hilfe! Treppenhaus ist immer noch einer. Ich töte ihn. Treppenhaus unten, Treppenhaus unten. Ja. Ich glaube, ab. Ja. Ah, gut, 58. Also. Ja. Ja. Geh. Oh, die geht hochwertig. Alles gut. Oh, Lord, can you see? By the dawn, early light. Da-da-da. Kannst du wär'n ihn hier, Jan? Da ist dein Medi-Kit! Herr Hörner, ein Gerichter, der hat nicht nur alles. Ist der im Raum? Gut. Na, das war noch ein anderer. Hier, das Medi-Kit. Achtung, wir einsetzen zu Bravo! Hä? Wo ist der denn hin? Da ist der aktuelle Einsatzstil! Nein, das war der andere. Der war noch da unten, steht da. Ah, das war er auch nicht. Der Arsch gerettet. Das war er auch nicht. Da ist er! Wo ist sie vor? Ah! Ja. Ja. Ja, ja, kacke, ja. Ist der das denn? Meinst du? Okay. Ja, aber wenn er hätte jetzt auch eine 50 zu 9 oder so. Aber das ist schon, also ich komme gegen den nicht an. Müsste ich eigentlich auch gleich. Also ein Kegel, da hätte ich auch einen Schild bei dir. Wir haben gerade Einsatzstil Charlie verloren. Da kann man ganz schön hin, die Föderrunde. Er werden vorhin überrennen sein. Och. Ja. Ja. Und ein und die Föderrunde. Ja, also ich würde ja außen lange sagen, also. Na dann, na dann los. Ja. 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 Da bin ich auch, oah... Ja, ich bin gleich eine Blendy reingeschmissen, von unten kam eine angerannt. Nee, bei Jan, du stehst ja noch. Jaja, du warst bei mir drin, ja. Oben oder in Form? Weg, weg, weg. Ich habe die feindlichen Soldaten gesehen. Lass die Mutti das mal machen. Hoch, hoch, hoch. Ich schmeiße mal eine Blendy rein. Wenn du so rauch ist das, oder? Das geht gar nicht. Du hast mir alles verbaut. Hey, Rauch ist nicht von mir. Flash? Boah, voll geblendet, ey. Ich sehe noch was. Noch eine Flash? Das war meine. Doch. Boah, das sind mein Magazin, alle. Fuck, Alter. Boah, kannst du reanimieren? Ich freu mich, dass ich noch sehe, ey. Das sind mein Magazin, alle. Noo. So. So. War jetzt mal D, oder was? Oh, wo ist jetzt mein Sniper? Jetzt mal D, ey. Schau mal, ich bin weg. Oh, Alter. Hoch. Mal schießen lassen, dann kann ich so hoch. Hoch, oder? Ah, jetzt sehe ich nichts mehr. Von D, von D. Ich sehe nichts mehr. Ist egal, von wo sie kommen. Aber von D kommt nichts. Ich gehe mal runter zu D. Ja, hier. Wie geht's an? Voll der Kinder, ey. Der Muck-Waffe hier. Ich hab deine erste Hilfe für dich. Ey, du kannst es vergessen. Fuck. Holen, holen, holen. Nee, nee, nee. Brauch hier jetzt. Ja. Oh, geil, danke. Ja, ich seh noch. Keine Muggi, ich sehe alle. Der ist einfach auf mich, dieser Scheiße. Oh, hier vorne! Ich mein ja, dass der genau vor mir ist. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich gehe mal zu B jetzt oder zu E. Wir müssen was machen. Ja, wir gehen jetzt mal weiter. Solange wir noch Muni haben, müssen wir was machen. Meine Verwaffen sind eh alle jetzt gewesen. Meine Sniperwaffe. Sonst haben wir gleich keine Muni mehr und können nichts mehr machen. Lacken holen? Ja, mit der Pistel. Willst du zu E? Echt? Nee, kommt viel. Kämpfen, dann. Ja, die müssen, wenn wir zu E gehen, dann brauchen sie länger, bis sie reagieren können. Ja, gut. Ich gehe mal nach unten. Achso, du sagst das doch. Oh, zwei oben, links und rechts. Oh, der ist nicht immer noch nicht. Sehr gut. Okay, dann links. Ah, fuck. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Kommt rechts rum. Boah, die sind zu viel, ja. Der eine kommt rechts rum. Rechts ist immer noch. Boah, da kommt der weg. Oh, der war knapp. Ja, ja. Ich war gerade nach unten. Ich war bei dieser unten. Ja. Der ist in dem Raum, keine. Keine Muni mehr. Warte mal, der war doch, der war doch Muni man hier. Ja, ja. Oh, jetzt ist er weg. Scheiße. Äh. Komm mal, Bill. Wie, Treppenhaus. Treppenhaus. Da unten wird es dann. Da kommt man halt in den Andys. Da war er. Da war er. Da war er. Ja, man geht. Buh, 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 buh. Da ist der Mann, Muni, Mann. Ich will das mal erinnern. Ich will das mal erinnern. Alle. Der Muni. Der Muni. Oh, jetzt ist der Muni. Oh, gut. Oh, von außen. Fuck. Der Muni ist der Muni. Du bist... Und, dann roll das Gott. Im Gang. Oh, nicht mehr, oder? Oh nein, meine Quill. Der hier ist 6,師. ...denn. Mach. Mach. Hm. Neues Quillstrecke hat er verstört. Die ist das nicht weg. Wir haben einen Verländen. Der ist bei dem Kiefer links. Hier kommt der Weg nicht vorhin. War das da russisch? Ja, die sind ein bisschen zu heftig zusammen. Ist jemand drauf? Ja. Die bessere Entscheidung. Eigentlich, aber... Soldaten, greif dich zu deinem Ziel an! Fuck! Mann! Mist! 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 Ah, draußen scheiße draußen zum Schnee. Mist! 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 Was ist denn? Hier ist dein Medikid! Alle Platt ja jetzt. Hier ist Wichter. Immer noch gerne, oder? Nee, bei dir. Da bin ich auch gestraubt, aber... Glaub ich. Ach so. Ehe. Ehe geht weg. Ehe. Funktioniert eh, ja. Immer ruhig. Oder? Da ist dein Medikid! Los! Hebe es auf! Nehm dir das Medikid! Und dann geht weiter! Achtung! Einfach zur Strecke! Oder er runter! Mit herkommen bin! Oder... Ich glaube, wir sind zur A gegangen. Nein! Da laufe ich genau die Typen rein. Das gibt es doch nicht. Geht schon aus. Der A ist neutralisiert worden. Ah, jetzt aber nicht mehr. Fuck! Vielleicht dann der A, ja. Da müssen viele... Verteidigt dieses Einsatzziel und sichersetzen! A ist unzuwiesen. Wir haben die Kontrolle über Einsatz still Charlie. Ja, das war's. Ja, das war's. Kann doch gar nicht sein. Achtung! Ich hab... Achtung! Ich hab... Shit! Boah, bei denen? Da geht doch mal außen lang. Wir haben die Kontrolle über Einsatz still Leiter. Wir hören! Einsatz still Charlie ist verloren! Gleich außen lang? Okay, ich geh bei C rein. Guckt auch mich. Ah, die Schweine springen. Das gibt es nicht. Da kriegt der mich noch, ey. Der ist so oft gefällt ein und kriegt ihn gleich. Ich komme. Ja. Oh, geil. Danke. Achtung! Einsatzstil Charlie wurde neutralisiert. Die haben da bestimmt gebraucht. Die geht auch schon wieder weg. Wir kontrollieren den Einsatz von Charlie. Wir kontrollieren den Einsatz von Charlie. Wir kommen jetzt in der Oberfläche. 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 Hier ist das Medi-Cat. Hier ist das Medi-Cat. Boah, bei mir oben noch. Nein, ich bin nur... Nein, ich bin auch gar nicht. Boah, das war schon. Boah, wieder noch Zeit, das hier. Bis die Runde vorbei ist, oder? Zeit. Ja. Boah, du warst doch ganz alleine. Du hast... ... versucht. Da krieg ich an. Werde ich an? Nee. Ich bin außen. Oh. Ja, wir haben ihn. Was? Hier ist ein Medi-Cat. Lockst du uns nicht an? Boah. Boah, fack. Oh, oh, oh. Hier oben bei mir. Oh, sehr schön. Oh, komm, komm, komm. Ist da da? Irgendjemand hat das Feuer angemacht und der stand mit dem Arsch da und macht rum. Boah, bei mir. Bei mir. Oh, du kannst mich retten. Keinlicher Soldat gesehen. Ja, sicher. Ich kann es. Um. Die erste Hilfe ist unter dir. Ja. Nimm. Feier! 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 Haah! Ja, und nicht Monitor. Achso, brauchst du jetzt wahrscheinlich doomed. Feier! Haah, shit. Feier! Feier! Erstmal schöne Lenny da rein! Hast du was bekommen? Noch eine. Allein haben wir noch. Feier! Feier! Die stehen hier links um der Ecke alle. Boah. Was ist denn der Arsch hier? Ja. Oh, wer ist das? Oh, schade, ey. Scheiße. Ich hab's auch grad noch gesehen. Kacke. Ich hab grad umgefallen, der Tor. Vielleicht fehlt's ja nicht mehr. Keine Chance mehr. Oh, Gott sei Dank. Hat das ein Ende. Ja, das reicht.